Ich arbeite gerne bei Schmiede, weil mich eine Zusammenarbeit mit Pflege und sehr guten Therapeuten interessiert. Eine offene Kommunikation innerhalb des Teams ist jederzeit möglich und dadurch entsteht ein sehr schönes Arbeitsklima. Was mir noch gefällt ist, dass die Klinik am Bodensee liegt und sehr international aufgestellt ist. Des Weiteren besteht eine komplette Weiterbildungsermächtigung in Fach Neurologie, regelmäßige Fortbildungen und für Forschungsinteressierte viele Möglichkeiten. Wir freuen uns auf neue Kollegen.